Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2021, heute mit der Tour de la Provence, dem GP Murcia und mit der Tour Maritime at Duvar, also noch ein paar weitere Vorbereitungsrennen, bevor wir dann in der nächsten Folge zur UAE Tour kommen, da greife ich unter anderem jetzt in dieser Folge auch ein paar Vorschläge von euch auf, lasse auch noch ein paar andere Fahrer debütieren, zum Beispiel haben wir hier Warren Wagyi, der hat gerade zwar erst eine Fitness von 88, aber ja, feiert hier jetzt auch mal seinen Einstand bei der Tour de la Provence, wir haben eine flache Etappe, zwei hügelige und eine richtig bergige, glaube ich, oder eine Hügel und zwei Berge, auf jeden Fall geht es da schon relativ hoch hinaus zum Teil, Ja und für uns als Franzosenteam, sind französisch-spanisches Team, sollte ich dazu sagen, sind die Rennen natürlich wichtig, Provence und Ed Duvar, zwei französische Rennen und der GP Murcia in Spanien, ja, so können wir vielleicht noch ein paar Pluspunkte bei unserem Sponsor sammeln, Ansonsten, abgesehen von Warren Wagyi, haben wir hier Rochard, Martin, Thoumire, Chivalier, Lafay und Koukard im Aufgebot, Brian Koukard definitiv heute unser Leader für diese, ja, überwiegend sehr flache Etappe. An dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön an euch von mir für den ganzen Support über die letzten, ja, vor allem Tage und Wochen, sehr viele Likes, Kommentare, Abos, macht weiter, so, ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt und auch Spaß daran habt an der Karriere Und, ähm, das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, in den letzten Tagen habe ich einige Fragen erreicht, warum ich denn nicht PCM 22 spiele, ähm, ja, auch gerade für die Zuschauer, die neue sind, da kann ich das erst recht verstehen, also, ja, ich wollte mindestens die zweite Saison mit Kofidis hier einfach noch spielen, ähm, um, ja, auch langfristig was davon zu haben, gerade weil wir jetzt kürzlich erst, ähm, ja, die Transferphase hatten am Ende der ersten Saison Und, ähm, uns da jetzt auch sehr verbessert haben und viele neue Fahrer im Team sind, gerade in der Spitze, also mit Bade, Bagiel, Valens und so weiter, äh, die ganzen Leader, deswegen wollte ich jetzt nicht, äh, wieder eine neue Karriere anfangen, deswegen bleibe ich fürs Erste, äh, bei PCM 21, natürlich auch mit der 22er Database Ja, ich denke, das sollte nachvollziehbar sein, ähm, ich habe hier und da auch mal Leute von euch danach gefragt, also, da wurde ich jetzt auch nicht großartig dafür ausgesprochen, dass ich unbedingt wieder neu anfangen soll in dem neuen PCM, ähm, werde ich definitiv irgendwann machen, aber ich denke, erst mal, wenn es wieder neue Kader im Jahr 2023 gibt, bis dahin, äh, versuche ich, ja, so viel wie möglich an Content hier rauszubringen, sodass wir auch so schnell wie möglich, ähm, Sofern ich es kann, ähm, ja, hier voranschreiten mit Kofidis und in dem Sinne machen wir da auch gleich weiter, genug gelabert und bereiten gleich die Sprintanfahrt vor So, noch 14 Kilometer, wir müssen noch eben die letzten drei Ausreißer hier einholen und werfen mal einen Blick drauf, was uns hier am Ende erwartet Wir sind hier auf einem, ja, Rundkurs, ich denke, das Ziel wird wahrscheinlich hier sein, ist wieder auf der Karte, okay, never mind, hier, keine Ahnung, komisch abgebildet, sehen wir dann gleich Wir haben keinen guten Sprintzug, muss man einfach mal so sagen, wobei hier die Konkurrenz auch nicht groß ist, also, Gokar sollte schon einer der Top-Favoriten sein auf den Sieg Ja, die Leute müssten aber hier sich auch nochmal ein bisschen zusammenfinden Und dann steht eigentlich gleich einem erfolgreichen Sprint, glaube ich, auch nicht so viel im Weg Wir haben immerhin Warren Bagie als, äh, ja, passablen Anfahrer, ist jetzt nicht unbedingt so seine Paradedisziplin, aber Der ist ja relativ schnell kräftig Oh, jetzt werden wir hier gerade so ein bisschen voneinander abgetrennt Wir holen die Ausreißer ein 5 Kilometer noch Come on Warren Macht sich nicht schon bei deinem ersten Rennen hier unbeliebt Bei den Kofidis-Anhängern Ich übergebe mal an Tumire Oh, es wird hier auch sehr eng, wir schauen mal, hier ist so eine ganz kleine Rampe Machen wir weiter Ja, ist ganz schön tricky Energieregel nehmen wir auf Gokar Wenn wir jetzt, na, hoffentlich nicht weggeblockt werden Blumerie ist auch echt nicht gut in der Ebene, ne Da habe ich absolut gar nichts vorhanden Bagiel sprintet jetzt los Ich versuche mal hier rüber zu ziehen durch alle, das wird nix Okay, der Sprint war ziemlich verkorkst Sodass wir hier auch nix reißen werden Am Ende gewinnt Ethan Hater vor Ide Schelling und Hugo Hofstetter Gokar landet auf Platz 6 Kommt dann nachher noch mit ganz gutem Speed an Ah, ja, okay, das war absolut gar nichts Ähm War nicht optimal von mir, aber ich muss sagen, mit dem vorletzten Mann mit so einem schlechten Ebenewert Hätte ich mal darauf achten müssen, dass ich da irgendeinen mitnehme, der ein bisschen besser ist Kann man auch wirklich absolut gar nichts reißen Aber naja, ist jetzt auch nicht das Ende der Welt Weil, ähm, es optisch Sprints bei der Tour de la Provence eh nicht ankommt Denn auf der zweiten Etappe starten wir direkt mit einem Anstieg Und enden auch mit einem Anstieg Also, da gucken wir mal, wer hier so am Stissel ist Bagui und Matin sind auf jeden Fall favorisiert Aber wir haben auch starke Konkurrenz in Form von Egan Bernal Ja, schauen wir mal, ob wir hier gewinnen können Gegen den absoluten Top-Favoriten, würde ich sagen Aber ich würde auf jeden Fall Ja, bei dieser Etappe und auch insgesamt im GC, würde ich mal sagen Unter die Top 3 kommen mit einem von den beiden von uns Guillaume Matins Abfahrkünste haben wir wieder zugeschlagen Ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass der Herr nicht abfahren kann, oder? Also, Sturzwahrscheinlichkeit hin oder her Ja, darüber haben wir auch schon öfter mal geschrieben Ich glaube übrigens, ähm Kann ich mir das sparen? Kommen wir eh nicht wieder ran Ich versuche mal Chevalier hier zu opfern Naja, in jedem Fall am Ende von dieser Abfahrt Und Matin ist halt wirklich so einer der schlechtesten Abfahrer der Welt Ist er wieder auf die Fresse geflogen In letzter Zeit hatte ich mit Stürzen gar nicht so ein Problem Wie zur Mitte der letzten, der ersten Season Naja, sei es drum Vielleicht ist Matin dann halt eben raus Wir haben immer noch Warren Bagui Äh, 43 Kilometer bis zum Ziel Vorne sieben Mann Ausreißergruppe Ähm Keine besonders namhafte Ara Wir haben noch zwei ordentliche Anstiege Hier fast 12% Und Bei der Schlusssteigung 11,2 maximal Ich hätte natürlich Geomata gerne dabei gehabt Und wenn auch nur als Helfer für Bagiel Ich hätte gerne gleich schon Tempo gemacht Aber ich glaube, wir haben gar nicht so ein starkes Team Dann spare ich mir das mal Und, ähm Ja, wird wahrscheinlich bis zur Schlusssteigung Die Helfer für Bagiel aufbewahren Schauen wir mal, wie das gleich laufen wird Aber wir müssen auch noch ein bisschen Zeit auf die Ausreißer gut machen Ähm, vielleicht setze ich mich jetzt doch mal nach vorne Was machen hier Mobistar und Ineos Tempo Ja, Chevalier Die sind übelst weit weg Also Ich lasse das jetzt einfach mal sein Game over Und Dann werden wir die vielleicht mal Geomata in der Ausreißergruppe setzen morgen Die Ausreißer fahren jetzt rein in die vorletzte Steigung Ja, die Zusammenarbeit scheint jetzt auch nicht mehr so mega da zu sein Ich habe mich jetzt doch mal an die Spitze gesetzt 88 ist vielleicht ein bisschen too much Aber so richtig, äh, die Lücke geschlossen haben Mobistar und Ineos gerade auch nicht Von daher dachte ich mir, bei unserem Heimrennen müssen wir auch mal ein bisschen Präsenz zeigen Auch wenn Geom jetzt nicht mehr dabei ist Jo, bis oben hin haben wir jetzt zumindest schon mal den ersten Ausreißer wieder eingeholt Und auch die anderen zerfallen hier vorne noch 5 Mann Die sind relativ am Ende Noch knapp eine Minute Und jetzt fahren wir gleich in die Schlusssteigung rein Brian Koka ist sogar bislang noch dabei, ey, Hut ab Ich meine, das wird jetzt definitiv zu schwer für ihn sein Aber lag glaube ich eben auch in dem Sprint nicht an seiner Leistung auf der ersten Etappe Sondern eindeutig, ähm, an der Positionierung und an meinen Skills So, was man sagt, die Schlusssteigung durchschnittlich fast 8%, maximal 11,2% Ja, da sollte ich jetzt nicht völlig übertreiben Wir haben nur noch Lafay und, ähm, Bagil Koka kann man rausnehmen, Tomire auch So, jetzt konzentrieren wir uns natürlich aufs Rennen Vorne geht Egan Bernal Gleich auf den letzten 2 Kilometern Lafay hält so lange wie möglich durch Der Anstieg ist natürlich jetzt nicht so mega lang Deswegen sind hier auch noch Müris, Mühlberger, Huiz Teilweise nicht so krasse Bergfahrer dabei Warren Bagie, ich warte lange mit dem Es wird gleich ein bisschen flacher Ich warte nochmal ein bisschen Jetzt 800, sprinten wir los Während Chevalier stürzt Kommen wir noch an Egan Bernal ran? Ne, gegen den haben wir absolut keine Chance Sichern uns hier aber relativ safe den 2. Platz So seht ihr auch mal das Ergebnis Bernal knapp vor Bagil und dann kommt der Rest Ich befürchte, wir haben wahrscheinlich eine kleine Lücke kassiert Und konnten uns jetzt von anderen Fahrern nicht wirklich absetzen Ja, relativ unspektakulär aber Solider 2. Platz Jo, 7 Sekunden hat Egan Bernal rausgefahren Ich denke, das ist fair Da war schon eine Ecke vorne Das bedeutet jetzt in der Gesamtwertung Bernal in Front, 11 Sekunden vor Warren Bagie Es geht bergig weiter Und zwar richtig bergig Rauf zum Mont Ventoux Beziehungsweise genauer gesagt Chalet Renard Das ist ja glaube ich eine Skistation Das heißt nicht ganz oben auf dem Mont Ventoux Aber es geht schon hoch genug Von daher wird, ja, gegen Egan Bernal hier glaube ich eh niemand eine Chance haben Aber wir versuchen es So, ich habe es ja vorhin bereits angekündigt Wir werden jetzt mal versuchen mit Guillaume Martin hier in der Ausreißergruppe zu gehen Rémi Rouchard ist zum Glück auch vorne gestartet Und schon auch weiter im DC zurück Von daher mal gucken Ich hoffe, da gesellen sich noch ein paar dazu Und das Hauptfeld lässt uns hier erstmal ein bisschen gewähren Wir haben natürlich eigentlich bis zur Schlusssteigung jetzt nicht so wirklich Schwierigkeiten Ähm, ja, so sieht übrigens die Schlusssteigung aus Also durchschnittlich 9,9%, maximal 13,3 Das ist schon ordentlich knackig Vorhin haben sich jetzt die 7-Mann-Ausreißer zusammengeschlossen hier Ähm, ja, Ineos gibt uns aber nicht mehr als Mickriegel 2 Minuten 30 Das wird so leider nichts werden, fürchte ich 20 Kilometer vorm Ziel sieht die Situation jetzt wie folgt aus Wir haben knapp 3 Minuten Vorsprung Wir haben unterwegs ein paar Leute verloren Haben noch Rex und Harper mit dabei Die sollten aber keine Konkurrenz sein Remi Rochard übernimmt hier jetzt das Tempo Wir haben noch ein bisschen, ähm, was im Köcher Und es wäre natürlich auch ganz nice, wenn Diomata hier mit einem kleinen Kickstart in die Schlusssteigung reingehen kann Bevor die so richtig losgeht Ähm, ach so, dass das hier sogar zweigeteilt ist Das ist zwar alles rot, aber vorher haben wir so ein Sand STW Oder wie auch immer, ähm, Anstieg Das, ja, gelbe dort Ja, und ich denke, bis zum Einstieg in den Mont Ventoux werden die uns wahrscheinlich auch nicht eingeholt haben Aber dann geht es natürlich auch noch lange Berg hoch Im Hauptfeld haben wir als B-Option noch Warren Bagui Aber, ja, im Vergleich zu Egan Bernal an einem richtigen Berg, richtig im Hochgebirge Ist Bagiel natürlich eher ein Punscher Und das wird schon ziemlich schwierig werden Noch 9 Kilometer in der Ausreißergruppe wurden wir jetzt gerade angegriffen Aber ich lasse die einfach mal machen Ja, nicht so, als wenn da nicht noch der komplette Anstieg zum Schallerenar hochkommt So, und zwar jetzt werden wir das Feld mal von hinten aufrollen Ähm, ja, wir haben Rochard noch als Helfer dabei Martin hat jetzt einen Kickstart von, naja, nicht ganz zwei Minuten Und Berg hoch in PCM ist das halt gefühlt auch einfach lächerlich wenig, gar nichts Da kommen wahrscheinlich gleich Hindley und Benal so angeflogen Wobei Hindley natürlich noch alte Database Das ist noch nicht Tiro, Tiro 2022 Hindley Ähm, ja, bin mal gespannt Vielleicht können wir hier ja tatsächlich was reißen Ich glaube, ich gehe ein bisschen runter und halte mir Rochard noch länger in der Hinterhand Noch zwei Minuten Vorsprung für Guillaume Rex klappt jetzt zusammen, aber wird es doch sicherlich auch nicht durchziehen können Ruiz attackiert aus dem Hauptfeld Ja, Ineos hat natürlich auch echt ein gutes Team mit Sivakov und Kwiatkowski Ähm, ja, wir versuchen hier so lange wie möglich natürlich dabei zu bleiben im Hauptfeld Müssen jetzt so ein bisschen zweigleisig fahren Das Tempo nimmt ordentlich zu Wo ist eigentlich das? Bernal noch ganz gechillt neben uns Demi Rochard macht einen guten Job Macht einen guten Job Unser Vorsprung ist bei 1.15 ungefähr Noch fünf Kilometer Wir holen jetzt Chris Harper ein Rochard kann gleich auch nicht mehr so ganz Im Hauptfeld muss ich auch einmal switchen Ja, Bernal und Hindley attackieren jetzt Here we go So weit, so gut Das war ja zu erwarten Ich gehe mal Fuck Muss mal eben gerade ein bisschen umswitchen Und zwar gehen wir mal mit Bagiel So hin Und werden dann mit Lafay beschützen Rochard kann nicht mehr Matta ist jetzt schon ganz easy aufgefahren worden Von Egan Bernal Wie sieht es hier aus? Kleine Bestandsaufnahme Vorne haben wir Bermarke, Bernal, Hindley, Huys und Guillaumatin Rochard wird jetzt durchgereicht Und hinten haben wir Warren Bagie Naja, ich glaube der Windschatten spielt hier jetzt bei 10% nicht mehr so die Rolle Also keine Sorge, ich fahre jetzt nicht irgendwelche anderen Konkurrenten wieder an Mein Mann vorne ran Attackiert wieder Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Hindley, Fairmarke, Huys zurückgefallen Ja, Guillaumatin sieht nicht schlecht aus Oh, ich bin auch sehr sehr konservativ gefahren Shit Wir haben noch richtig was im Köcher Und nur noch eineinhalb Kilometer Fuck, wir hätten wahrscheinlich easy mit Bernal mitgehen können Der fährt hier jetzt mit einer 15, 16 hoch Ja, wir können jetzt nochmal richtig hoch fliegen Aber an den werden wir nicht mehr rankommen Dennoch starke Leistung muss ich sagen von Guillaume Ich sprinte jetzt mal los Egan Bernal wird hier das Ding am Ende machen Habe ich da ein bisschen was verschenkt? Ja, sicherlich Sicherlich was verschenkt Scheiße, wir hätten sogar vielleicht Bernal schlagen können Huys starke Leistung Der Fahrer von IWG Warren Bagie auch nicht schlecht Wir müssen natürlich auch auf unsere GC-Platzierung achten Denn Guillaumatin Ja, ist ja eigentlich schon komplett raus Komplett weg vom Fenster Bagie wird hier noch starker Fünfter Gucken wir mal gleich, wie das in der Gesamtwertung aussieht So, das bedeutet Guillaumatin 17 Sekunden hinter Egan Bernal Ja, da habe ich leider ein bisschen verpasst Aufgrund des Multitaskings, wo Bernal nochmal attackiert hat Ich bin mir nicht sicher, ob wir den hätten schlagen können Aber wenn ich meine Energie, die tatsächlich bei Martin noch in Hülle und Fülle übrig war Besser eingeteilt hätte Wir wären bestimmt mindestens zeitgleich mit dem reingekommen Bagiel 5 da, 222 zurück Oshar, sehr starke Leistung muss ich sagen Also der Plan mit dem Ja, als Ausreißer gewinnen hätte hier durchaus aufgehen können Dank seiner starken Leistung In der Gesamtwertung ist Bagiel nun auf Platz 4 Das Podium ist nur 10 Sekunden entfernt Pavel Sivakov und Lorenz Huys Muss ich ehrlich gesagt gestehen Kenne ich gar nicht Von Intermaché Er hat eine saustarke Tour de la Provence Jetzt auch nicht so die allerkrassesten Werte Ja, letztes Jahr auch bei IWG gewesen Achso, jemand von Bingol Ja, eher glaube ich ein bisschen unter dem Radar Doch der Name, ich glaube vom Lesen sagt mir das was Aber ich könnte nicht sagen, was für ein Fahrradtyp das wäre Bis zum heutigen Tag Hat mich echt positiv überrascht Und an Tag 4 kommen wir jetzt zum Finale bei der Tour de la Provence Nochmal für eine hügelige Etappe Mit einem Ziel im Flachen Hm, vielleicht können wir da im Sprint mit Warren Magie Noch irgendwie was ausrichten Der ist zumindest Ja, neben natürlich Egan Bernal Aber auch Schelling und Hater Einer der Favoriten Die eigentlich davon aus, dass das ein Sprint aus einer Gar nicht so kleinen Gruppe wird Vielleicht mindestens 50 Leute Wenn nicht gar mehr Denn die Steigungen sehen jetzt nicht so krass aus Also wird es schwierig, da nochmal 10 Sekunden rauszuholen Da müssen wir tatsächlich schon eigentlich die Etappe gewinnen Ähm, um Sivakov noch vorm dritten Platz zu stoßen Ich habe aber auch ganz vergessen Muss ich ehrlich gesagt gestehen Dass wir natürlich auch noch Brian Kukar haben Wenn nur bei PCM sagt Dass das was für die Bergfahrer ist Ja gut, diese letzte Steigung Hm Aber ansonsten Ist das ja zum Ende hin relativ flach Also wenn er das überlebt Dann ist der natürlich im Sprint unsere beste Option Auch wenn es dann nur noch ein kurzer Sprint Mit ein bisschen Energie für den ist Aber wenn er noch einen kleinen Kick hat Dann war ich mit Bagiel für ihn das Ding an Die könnten natürlich theoretisch auch Oder hätten auf die Sprintwertung gehen können Aber am Anfang Ja War ich nicht der Lage Nicht in der Lage das zu kontrollieren Alter, ich kann schon nicht mehr reden Und jetzt sind halt noch Ausreißer vorne Das wären auch nur drei Sekunden Und ich meine so wichtig Ja das Podium dritter Platz wäre schon schön Versus auf der anderen Seite Etappensieg Und vierter werden Ich glaube ein Etappensieg Wäre schon nochmal wichtiger Und das heißt vielleicht am Ende auch einfach Dass wir mit Bagiel vierter bleiben Und Koka dann die Etappe gewinnt Wenn möglich Wir sind in der Schlusssteigung drin Und machen hier jetzt auch mal selber mit Das Tempo Denn wir müssen immer noch die Ausreißer einholen Huch Kriegt man ja meistens mehr Zeit rausgefahren Oh, Ethan Hater attackiert hier Oder forciert er nur das Tempo Wollen die jetzt versuchen hier Meinen Sprinter loszuwerden Hater geht tatsächlich glaube ich auf die Etappe So, MGC spielt ja auch keine Rolle mehr Und Bernal ist eigentlich eh safe Von daher kann Ineos das natürlich machen Wir haben das jetzt sehr gut gekontert Und das hatte aber tatsächlich zur Folge Dass Brian Koka völlig am Ende ist Ich kann jetzt auch nicht auf den warten Vorne sind immer noch zwei Ja, shit Entweder er packt's oder er packt's nicht Aber ich muss mit Rochard jetzt hier Gas geben Wenn wir sogar Guillaume Matin Als Helfer auf dem Flachen nehmen Oder leicht absteigen Dann sieht man schon, dass wir hier sehr bedürftig sind Anders kann man das glaube ich nicht ausdrücken Ja, okay, für Koka ist es tatsächlich zu schwer Ja, aber ich glaube an einem guten Tag Hätte er hier auch relativ komfortabel Auf dem Sieg sprinten können Wenn man mal ehrlich ist Das Hauptfeld ist relativ groß Aber ich glaube da können nicht mehr alle sprinten Aber wenn Hofstetter Gut, vielleicht ist der in einer super Form Wenn der jetzt noch in der Lage ist Richtig zu sprinten Dann flippe ich aber aus Wenn Koka mit einer Plus Eins Der ist ja sehr hügelfest Konnte das halt nicht mehr Naja Schauen wir mal So, wir setzen also alles auf die Karte Worrenbagie Wenngleich wir natürlich gegen Hater Echt Probleme haben werden im Sprint Ich schaue mir mal die Zielanfahrt hier an Ja Schon sehr kurvig hier Wird es wahrscheinlich gerade auslaufen Wir haben aber auch echt nicht mehr viel Power, ne? Ich hoffe Hater hat seine Energie Aufgebraucht bei der Attacke vorhin An dem Berg Ja, Koka kann echt nicht Ich sprint mal jetzt los Wir müssen es ja irgendwie versuchen Und 800 Meter Magil Alter Egan Bernal Sieht uns hier übelst ab Und Eason Hater gewinnt am Ende Fuck Magil hätte noch genug Power Aber im Sprint einfach nicht schnell genug, ne? 68 Bernal 69 Schade Schade, schade Kein Etappensieg Aber immer nah dran Ist schon ein bisschen enttäuschend Wir nehmen mal die Siegerehrung mit Ethan Hater gewinnt hier die Etappe vor Bernal und Bagie Die Gesamtwertung geht an Egan Bernal Vor Lorenz Hüß und Pavel Sivakov Warren Bagie verkürzt nochmal auf 6 Sekunden Aber leider nur auf Platz 4 Die Bergwertung geht an Van den Bosche Die Punktewertung auch wenig überraschend An Egan Bernal natürlich Nahrungswertung Hüß Und Teamwertung auch Wie sollte es anders sein An Ineos Nach der Tour de la Provence ist vor Vuelta Cyclista à la Region Dem Murcia oder auch kurz GP dem Murcia Glaube ich abgekürzt Ja laut PCM war es für die bergfesten Fahrer Manche Stimmen hier in den Kommentaren Sagen auch das kann man auch mit einem hügelfesten Sprinter gewinnen Da bin ich ja mal gespannt Denn wenn jemand in der Lage dazu wäre Dann ist es sicherlich Simone Consoni Dem traue ich das definitiv zu Ansonsten haben wir noch bergfestere Fahrer wie Fernandes Geschke, Errada, Valens, Thomas und Andre Cavaglio Simon Geschke feierte jetzt auch heute sein Saisondebüt Ja was die Tagesform anbelangt Kann man auf jeden Fall nicht meckern Also Ja Consoni Ist stark genug Also Je nachdem wie der Berg gefahren wird Aber danach hat man ja noch eine lange Abfahrt Und ein langes Tal Sollte der das überleben Beziehungsweise da wieder rankommen Und die Schlusssteigung Das ist ja genau sein Element Ansonsten haben wir auch noch Tim Valens Also ich denke wir haben ganz gute Karten Da vorne mitzuspielen heute Wir sind jetzt mittendrin In Ja Diesem doppelten Aufstieg Alto de Espunya Und Alto Coyada Bermenio Ineos Ja Hat gerade Tempo gemacht Wollte ich sagen Jetzt wieder ein bisschen rausgenommen Also bislang ist das okay Aber es geht ja auch noch eine ganze Ecke Berg hoch Bis zur ersten Wertung Jetzt nur noch 1,6 Kilometer Und dann haben wir noch mal 8 Kilometer Berg hoch Aber die Ausreißer sind gleich eingeholt Deswegen kann ich mir vorstellen Dass das Tempo gleich ein bisschen rausgenommen wird Erneut Es sieht sehr sehr gut aus bislang Nur noch 3,2 Kilometer Vorne Noch zwei Ausreißer übrig Pearson Wer auch immer das ist Wahrscheinlich irgendein Nachwuchsfahrer von Ineos Kann nicht mehr Kann ich hier mit einer 70 Drüberfahren Ist das für Consoni in Ordnung Castro versucht wahrscheinlich jetzt nach vorne zu kommen Ich hätte auch nichts dagegen Selber das Tempo Zu machen In der Hinsicht Dass es das Angenehm Angenehm aber hartes Tempo für Consoni ist Und dann können wir Das überleben Dann regenerieren wir schön Halten alles bis zum Ende zusammen Und gewinnen am Ende den Sprint So ist zumindest aktuell der Plan Kurz vor dem Gipfel Gibt es jetzt nochmal Attacken Van Sevenand Buitrago De La Cruz Aber Consoni hat es gerade so überlebt Ja ich gehe davon aus Dass sie nicht wegkommen werden In der Abfahrt Also das kriegen wir schon Handy wieder einzufangen Vielleicht sollte ich da jetzt mal Auf einen anderen Fahrer switchen Ist glaube ich auch egal Aber Irada hat nicht so den guten Abfahrwert Ich mache mir da jetzt mal keines Orten Wir sind auf den letzten 8,5 Kilometern Und ja Wir haben alles wunderbar beisammen gehalten Der Plan geht bislang total auf Geht es nur noch gleich darum Das zu verwandeln Wir können ja mal so ein bisschen durchgucken Wer hier ansonsten rumfährt An schnellen Leuten Aber Ganz ehrlich So Irgendwie jemand Ja Bagioli Nix gegen Bagioli Das ist dann gefühlt so der einzig Wirklich Ja gefährliche Name In meinen Augen War hier nicht eben sogar noch Nick Schulz Naja sehe ich jetzt aber nicht mehr Also alle anderen Schätze ich jetzt nicht als so spritzig ein Von daher können wir jetzt durchaus mal Das Ding hier anziehen Oh Ja nicht dass ich mir wieder hier zu sicher bin Bei der Sache Wir haben eigentlich noch genügend Fahrer Oder fast schon zu viel Steigung Haben wir hier irgendwie noch was kurviges auf dem Programm Ja tatsächlich geht so geschwungen den Berg hoch Wenn dann das zieht das Ding jetzt mal an Ich gehe mal auf eine 99 hoch Naja wir müssen hier ja auch mal ein bisschen zu Potte kommen So 99 Gleich der letzte Kilometer Tim Wellens Here we go Mit dem Sprint Oh scheiße sorry Konsoni Kann der überhaupt noch mal einen drüber geben Wahrscheinlich nicht Das bedeutet am Ende Tim Wellens gewinnt Aber okay Konsoni hätte ansonsten auch gewonnen Dritter wird haben Van Hucke Also wieder ein Doppelsieg für Kofidis Sorry ich habe mich da gerade einmal verklickt Wir schauen uns das Ganze nochmal in Ruhe an So wir nehmen nochmal die letzten 5 Kilometer mit Schauen uns hier die Ausgangslage nochmal in Ruhe an Ja letztendlich bedeutet das Konsoni hat glaube ich immer noch kein einziges Rennen in dieser Saison gewonnen Wenn ich mich recht entsinne Hier habe ich es gerade so ein bisschen vercheckt Also Positionierung ist wirklich alles Zum Glück Muss ich sagen Waren da jetzt keine besseren Fahrer am Start Sonst wären wir vielleicht nicht mehr so nach vorne gekommen Aber jetzt Müssen wir das eigentlich verwandeln Da Gibt es gar keine zwei Meinungen Zumal hier die Konkurrenz echt nicht so stark ist Wenn es geht jetzt raus bei 800 Konsoni kann super mithalten Jetzt aber nicht nochmal einen drüber geben Ich habe hier jetzt auch keine Stallorder gemacht Naja Vielleicht Vielleicht muss ich dem Italiener mal wieder einen Sieg geben Damit seine Motivation hoch genug ist Aber ich glaube bislang sieht er das jetzt noch nicht als gefloppte Frühjahr Season oder so an Wir sind aber halt auch einfach sehr erfolgsverwöhnend und anspruchsvoll Also bei der Tudor und Ander war glaube ich zweimal Vierter Dann Trofeo Alcudilla Dritter Jetzt Zweiter Wird also immer besser Und ja gut Letztes Jahr Also diverse Etapensiege Aber das wird schon noch kommen So sieht also jetzt das Tagesergebnis aus Ich habe gar nicht mitbekommen Dass Fernandes sogar Siebter geworden ist Okay Krass Ja also von wegen Mas gewinnt oder Simon Yates Da haben wir uns gut durchgesetzt Okay Nick Schulz war tatsächlich da Das wäre an sich auch noch so einer Den ich hier viel weiter vorne erwartet hätte Mit dem kann man so ein Ding auch mal gewinnen Zu guter Letzt bestreiten wir dann jetzt noch Die Tour des Alpes Maritimes et Duvins Drei Etappen Insgesamt natürlich wieder eine französische Rundfahrt Deswegen sind wir hier am Stüssel Hügelig bis Bergiges Terrain Mit Baguil, Bidat, Chevalier, Grégoire, Latour, Rochard und Valens Versuchen wir hier vorne zu landen Ich möchte natürlich gerne eine Etappe gewinnen Pierre Latour feiert hier sein Debüt für uns Und das Teilnehmerfeld hat es ganz schön in sich Henrik Maas, David Godue, Sepp Kuss und so weiter Also wir sind hier keiner der Favoriten Mal gucken, ob wir nicht dennoch was reißen können 74 Kilometer vorm Ziel ist die Lage wie folgt Wir haben vorne eine 7 Mann Ausreißergruppe 3 Minuten 40 in Front Wird ganz gut kontrolliert Und ja, am Ende steht noch dreimal der gleiche Anstieg auf dem Plan Gourdon Gar nicht so krass Durchschnittlich 4,2 maximal 9,2 Prozent 11 Kilometer lang Das heißt relativ gemächlicher Anstieg Der nach oben heraus ein bisschen abflacht Hat dann ganz am Ende in Richtung Ziel Noch mal so einen kleinen Kick Tja, also wird nix für die Sprinter werden Das ist klar Aber jetzt so richtig, dass das unbedingt Henrik Maas gewinnen muss Sehe ich auch noch nicht so ganz Also von daher rechne ich unseren Punchigen Leuten da schon eine gute Chance aus Wobei es natürlich gegen ein David Godue Sicherlich nicht so einfach wird Mit seiner 81 Hügel 75 Beschleunigung Aber ich bin auch mal gespannt Was Pierre Latour hier so reißen kann Gerade bei kurzen Rundfahrten Der hat ja einen sehr schlechten Reckwert Heute sitzt er nur drei Tage bei der Rundfahrt Oder auch bei so einwöchigen Paris, Nizza und Co Ja, erwarte ich schon auch Dass der in der Gesamtwertung da Oder vielleicht für die eine oder andere Etappe Mal eine Rolle spielen kann Das wäre doch ganz nice 30 Kilometer noch Vorletzte Steigung So langsam wird das Tempo jetzt endlich mal angezogen Denn die Ausreißer waren Ja, bis ich angefangen habe zu sprechen Noch fast eineinhalb Minuten Oder sogar mehr vorne Aber am Berg Und wenn die nicht mehr können Ja, die klappen alle zusammen Geht das in PCM immer so rasend schnell runter Das ist wirklich verblüffend Zwischenzeitlich wollte ich jetzt selber mal Führungsarbeit machen Brauche ich aber eigentlich gar nicht Weil jetzt Sind die Ausreißer auch schon wieder eingeholt So schnell hat sich das erledigt Ja, Abfahrt In Richtung Schlusssteigung Und dann nochmal Zum dritten Mal Das Ganze hoch Ich bin mir noch nicht so ganz sicher Für wen wir am Ende fahren sollten Das ist so ein bisschen das Problem Gerade auch mit Ausblick Auf die nächsten Tage Aber ich habe mich jetzt mal Für Tim Wellens entschieden Denn ja Von der gelben Leiste her Macht er den besten Eindruck Von daher werden wir Latour Und auch Bagiel zuvor Ja, der kann ich mal rausnehmen Vielleicht auch noch auf den Etappensieg gehen Wenn wir hier opfern Für Tim Wellens Das ist natürlich auch der beste Klassikerfahrer Jetzt haben wir hier eigentlich die steilste Stelle Bislang ist das Feld noch Ja, recht groß 40 Mann grob Oshar hängt auch noch so hinten dran Der wird aber gleich zusammenklappen Gibt noch gar keine Attacken Ja, bald wird es auch wieder flacher Nach oben heraus Soll ich es auf den Sprint ankommen lassen Jetzt gibt es eine Attacke von Ayuso Wir erhöhen mal das Tempo mit Latour Weil es ist natürlich eigentlich auch einer Der attackiert Also Ich glaube das muss ich mit dem auch mal Entsprechend fahren Und Ja So Umsetzen Latour hat uns jetzt nochmal rangebracht Und jetzt gehen wir hier auch mit Valens mal aufs Ganze Nance Peters attackiert Dem Valens Ist jetzt erstmal dran Können wir hier irgendwie zusammenarbeiten Mit Nance Peters Haben uns 17 Sekunden abgesetzt Dreieinhalb Kilometer noch Wir ziehen hier jetzt einfach mal unser Ding durch Vielleicht mit einer 88 Enric Maas versucht ranzukommen Ja, ich fürchte der Plan geht nicht so ganz auf Valens kann nicht mehr Aber kommt da nochmal jemand ran? Jetzt geht es gleich nochmal ein bisschen berghoch Nance Peters wahrscheinlich hat der Ja, natürlich hat er noch Kraft und einen Kick Wir können hier auch mal sprinten Aber das wird nichts mehr Nance Peters wird das Ding wohl gewinnen Maas überholt uns Ja, scheiße Uns überholen natürlich alle aus dem Hauptfeld Peters gewinnt Ja, und der Rest krebst hier so zeitgleich rein Und wir kommen leider nur Auf Dem fünften Platz glaube ich rein Ja Oshar und Latour verlieren Zeit Das wollte ich nochmal eben checken Hm Lief jetzt nicht so gut Ich glaube ich habe mir zu viel Einsatz attackiert Also entweder mit weniger Zumindest an Peters rankommen Und dann einfach erstmal ein bisschen pokern Oder einfach im Hauptfeld bleiben Und ja Nur bergauf sprinten Sei es drum Das Ding ist ja noch nicht gelaufen Aber Peters übernimmt erstmal das Führungstrikot hier 20 Sekunden Vorsprung rausgefahren Auf Maas und Co Ja, es geht wellig weiter Auf der zweiten Etappe Wieder Mit einem Kick Kurz vorm Ziel Insgesamt haben wir aber weniger Höhenmeter Also Ja Das wird ein Sprint aus einer Gruppe werden Und Da kommt es dann denke ich Nur auf die Rampe am Ende an Zwischen den besten So Wir üben jetzt mal hier richtig Druck Aufs Hauptfeld aus Vorne haben wir Fünf Ausreißer Die Opfer werde ich aber gleich kassieren Drei Minuten Vorsprung haben die noch Ja 50 Kilometer haben wir noch Welliges Terrain Und man sieht hier schon an der Farbe Die Schlusssteigung Wobei wir hier vorher Wir sind auf einem Rundkurs Ist das auch immer so witzig Bei PCM Genau die gleiche Steigung Hier ist es aber anders 1,1 Kilometer Durchschnitt 10,4% Und hier wird es anders gewertet Naja Wie auch immer Auf jeden Fall bis zu 14% am Ende Ist ganz schön knackig Das hier ist schon mal ein Vorgeschmack Auf das Was uns im Finale Erwarten wird Und der Anstieg ist sehr eng Das merkt man auf jeden Fall Der ist sehr eng Von Anfang an vorne reinfahren Und einfach Oh Gott sorry Einfach drüber bügeln Einfach volles Gas drüber bügeln Apropos drüber bügeln Ich habe hier jetzt gerade Unfreiwillig eine Lücke gerissen Das Hauptfeld fährt da schon wieder ran Aber Alter Ich habe hier gerade richtig Richtig zerstört Natürlich sind hier Mass und Pterz noch am Start Aber Wir flexen hier jetzt richtig Wir haben noch Bis auf Grégoire Der hat schon einen guten Job gemacht Haben wir noch alle Helfer dabei Das wäre nice Ich darf eigentlich die hier Gar nicht wieder rankommen lassen Aber wir sind nicht mehr so weit Ich gehe mal auf eine 90 Energieregel In der Not kann hier Rochard auch nochmal nach vorne Und helfen Na Vielleicht ist das The way to go Die nicht wieder rankommen zu lassen Den hier alle Körner aus der Tasche zu ziehen Aber trotz der Tatsache Dass ich hier so Gas gebe Komm ich irgendwie nicht näher an Die Ausreißer vorne ran Ist die so stark Also Das wird bestimmt noch was Aber Ich habe hier Ja Die ganze Zeit 90 geballert Rauche hier mein ganzes Team auf Ja klar Und Was passiert Auf einmal kommen hier alle wieder dran vorbei Als hätte ich gar nichts gemacht Ey Wollt ihr mich verarschen Eben sah das zwischenzeitlich mal so gut aus Und jetzt Big Step und EF Ey Wollen mich doch auch ärgern Ey Was ist mit Rochard los Warum fährt er nicht nach vorne Der Lappen Noch 6 Kilometer Es geht hier die ganze Zeit Hin und her Und hoch und runter Aber wir sind vorne Ich darf jetzt auch die Position hier nicht mehr aufgeben Da hinten sind die Ausreißer Wir haben die gleich Aber wir sind immer noch nicht ganz dran Dann haben wir Latour Bagie Und Valence Das sieht noch richtig Richtig fresh aus Als wird das Ding hier abschießen Come on guys 3,5 Kilometer Wo sind hier unsere Kontrahenten Mass Ja Da braucht keine Helfer mehr Tim Valence kann jetzt hier eine Energieriegel nehmen So Latour Fährt uns hier an Wir haben gleich nur noch Wollen Bagie Das ist aber auch egal Jetzt geht es rein in die Schlusssteiger Wir wollen vorne bleiben Scheiße Warum wird Valence hier getrennt Ich will nicht auf eine 99 hochgehen Hätte ich wahrscheinlich machen müssen Wir kommen nicht mehr nach vorne Fürchte ich Tim Valence Kann er nochmal einen drüber geben Oder warum Bagie Nein Der klappt zusammen Und auch Tim Valence kommt nicht mehr Was ist das für eine Scheiße Nein David Goddew gewinnt am Ende Und Valence wird nur Dritter Mann Scheiße Die Arbeit für die Katz Weil wir dann von den anderen wieder überholt wurden Aber ich dachte wenn ich mit einer 99 Ehe ist das zu viel Aber falsch gedacht Naja Valence Peters verliert Auf jeden Fall sein gelbes glaube ich Da er hier so 40 Sekunden verloren haben müsste Ach man Heute immer so knapp Ey Valence 3 Sekunden Bagie 8 Sekunden Zweiter MTC Knapp hinter David Goddew Wieder kein Sieg Wieder kein Platz 1 Mal gucken ob wir auf der letzten Etappe Hier noch was reißen können Die ist eher was für die Bergfahrer 22 Kilometer Ziemlich kurz Aber Ja einige Höhenmeter glaube ich hier Auf dem Plan Gucken wir mal ob wir da mit Tim Valence Überhaupt annähernd mithalten können Ich befürchte ehrlich gesagt nicht Aber Ja das ist jetzt die Karte die wir spielen werden Den ersten richtigen Anstieg haben wir hinter uns Noch 84 Kilometer Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube Gruppama würde die Ausreißer ins Ziel kommen lassen Naja ein bisschen näher müssen wir aber noch rankommen Elitius Bear 3 Minuten 16 mit GC zurück Den können die natürlich jetzt auch nicht mit 6 Minuten da reinkommen lassen Die haben auch noch Ja 3 3,5 Anstiege Hm Ich habe einen Plan Ich weiß noch nicht Ob ich den so anwenden kann Mal gucken wie Ähm Gut Tim Valence nachher noch in Schuss ist Aber Wenn wir es bis hier oben überleben Werde ich mit meinem Team Mindestens mit Bagui und Valence Wenn es geht Weil das auch zwei gute Abfahrer sind All oder nothing All oder nothing Ja alter Schwede Ich bin durch Äh Angreifen Aber Sowas von Aber ob wir bis dahin überleben Äh Bin ich gespannt Man merkt aber schon Gruppama hat voll nicht das Team dafür Ich glaube ich Die schaffen es nicht Die Ausreißer zu kontrollieren Ähm Ist jetzt die Frage Wenn ich einen Etappensieg will Muss ich mich glaube ich beteiligen Außer das machen noch andere Teams Oder Erstmal lassen wir die natürlich völlig aufrauchen Ich muss auch nicht die Etappe gewinnen Im GC Ey wir sind ja nur 9 Sekunden zurück Also Erstmal Erstmal Piano machen Bis hier oben überleben Und dann in die Abfahrt attackieren Kann Goddue eigentlich gut abfahren Ja Aber Agil Valens ist schon ein krasser Abfahrer Ich versuch das mal Äh Da bin ich aber nicht der Einzige Denn alter Goddue ist jetzt völlig auf sich alleine gestellt Enric Mass Hat hier gerade attackiert Gut K ist jetzt nicht so wichtig Aber Mich noch irgendwen verpassen Nee Enric Mass hat einfach mal Hier Attackiert Und Goddue Goddue hat überhaupt keine Helfer mehr Goddue ist einfach Völlig am Arsch Ja Ich pokere jetzt erstmal noch ein bisschen Ich spare mich noch ein bisschen auf Ja Bei der nächsten Steigung Haben wir auch tatsächlich K und Mass wieder eingeholt Er kann sich Goddue Bei DSM bedanken Warum auch immer Völlig sinnlos Aber Sei es drum Die Ausreißer kommen ins Ziel Weil hier keiner Mehr irgendwie Power hat Mir relativ Bei Im PCM kann man das nie wissen Jetzt macht K Doch wieder Tempo Für Chavez Guerrero ist natürlich auch noch nah dran Im GC Ich werde gleich die Ja letzte richtig krasse Steigung Dann auch mal mit meinem Team angehen So 32 Kilometer vom Ziel Machen wir jetzt mal hier Dampf Wir sind im Hauptfeld nur 22 23 Mann Holen jetzt nach und nach so ein paar Ausreißer ein Die sind aber noch zum Teil 5 Minuten in Front Eure Painter und Gis Bär Oh ja Wir müssen auch für Offs GC aufpassen Also tatsächlich Ich glaube Wenn sich hier kein anderes Team beteiligt hätte Wäre Goddue easy das gelbe Trikot los Also EF und DSM haben da ja tatsächlich auch Ja Ihm Einen guten Dienst erwiesen Kann man nicht anders sagen Ich dezimier jetzt das Feld weiter Ich darf aber nicht zu Ja zu krass fahren Müssen ein bisschen wieder rausnehmen Also ich will ja tatsächlich gleich Kurz über die Kuppe vielleicht angreifen Ja jetzt versucht Chavez es nochmal Und dann in der Abfahrt Ja alles oder nichts versuchen Auch das wird nach oben heraus Jetzt nochmal schneller Und auch steiler Die anderen konnten teilweise schon Vor 2-3 Anstiegen nicht mehr Kannst mir doch nicht erzählen Dass die jetzt bis hier oben Das so gut schaffen Oh fuck ey man Von Baugie kann nicht mehr Tim Wellens ist jetzt auf sich alleine gestellt Noch 2,5 Kilometer Ich schaffe es nicht Die sind gleich oben Wellens ist jetzt am Ende Gut ich meine klar Das ist natürlich auch ein Berg Wellens ist kein Bergfahrer Aber scheiße ich hätte echt gedacht Ich komme da besser mit Mas stellt mich jetzt hier ganz schön ab Odu auch Aber dafür kann ich mir auch nichts kaufen Die Ausreißer sind schon längst in der Abfahrt drin Mas und Guerrero gehen hier rüber Das gelbe Trikot kommt hinterher Ja bei den Abfahrkünsten Vielleicht wird das noch was Bagiel und Wellens schicke ich mit einer 99 darunter Mehr kann ich auch nicht versuchen Aber mein Plan Da wegzufahren Und das gelbe zu gewinnen Geht schon mal gar nicht auf Wenn dann komme ich höchstens wieder ran Wenn ich Glück habe Ah Wellens ist fast wieder rangekommen Ich muss jetzt gerade auch einmal Bei Warren Baggy etwas haushalten Ja Wellens ist tatsächlich fast wieder rangekommen Aber dann geht es natürlich wieder hier mit Keine Ahnung 20% hoch Und die haben mich hier wieder getötet Vorne Eli Desper Ja ich bin gespannt Ob der sich den Sieg und Gelb holt Könnte sein So sieht es aktuell in der Gruppe Ums gelbe Trikot Godue Mars Peters Guerrero und Co. aus Wellens Komm Baller hier irgendwie mit einer 99 drüber Danach geht es nur noch Backup in Richtung Ziel Bagiel Ja ist zu weit weg Was soll's Ich hoffe ich komme da irgendwie noch mal wieder ran Dass ich zumindest keine Zeit kassiere Da sehen wir ihn noch im Ziel Eli Desper Fährt hier gerade rein Vor Porat Painter Und dann eine große Lücke Alter leckt das hier Sorry 3 Minuten 20 Oder so ungefähr Das wird echt knapp im Kampf ums Gelbe Also Ich sag Godue verteidigt knapp Aber bin mir da auch nicht ganz sicher Mal gucken Im Sprint gewinnt hier Baggioli Zumindest den dritten Platz Also auch keine Bonussekunden mehr für Godue Ähm Ja Wir sind leider nicht ganz rangekommen Und verlieren hier Wertvolle Sekunden Wir schauen mal bei der Siegerehrung Relativ gespannt Und unwissend Ich weiß es echt nicht Kann in beide Richtungen gehen Wie das Ding am Ende ausgeht Desper 34 Sekunden Vor Porat Painter 3,33 Vor Godue Ich glaube das wird echt knapp Oh Doch gar nicht so knapp 30 Sekunden Tatsächlich hat Eli Desper Hier Die dritte Etappe Und das GC gewonnen Stark Ja Vielleicht Ähm Muss ich doch mal mehr Auf Ausreißergruppen Setzen Aber Wobei Es kann immer so oder so ausgehen Den Valence wird Neunter Wenn ich das gerade noch richtig gesehen habe Wir schauen uns das nochmal Hier vernünftig an Valence hat 4 Minuten 30 verloren Ja Fuck Am Ende Neunter Im GC Da fehlte echt nicht viel Also Wenn ich in der Gruppe Drangeblieben wäre Wären wir deutlich weiter vorne Aber Dafür das halt kein Berg war Es war es jetzt nicht so schlecht Bin ich ganz okay mit zufrieden Overall Heute nicht so viele Etappensiege Wie wir sonst Oftmals reißen Aber Ich glaube Da sind wir hier alle relativ erfolgsverwöhnt Ich gehe aber davon aus Dass es schon in der nächsten Folge Wieder besser wird Ähm Wenn wir uns um die UAE Tour Kümmern werden Das steht dann Ja Überwiegend im Fokus Der Sprinter Also Stay tuned Mal gucken ob Timolai Oder Kokar Wer auch immer mitkommt Vielleicht auch Timonais Da die eine oder andere Etappe gewinnt Und natürlich Haben wir da auch Zwei Anstiege Jebel Jais Und Jebel Hafid Dann für Guillaume Matin Auf dem Tagesplan stehen Ja Ich hoffe Das Video hat euch gefallen Wenn ja Dann lasst doch gerne Ein Like und ein Abo da Und ich freue mich darauf Wenn ihr beim nächsten Mal Wieder einschaltet Wenn es heißt Mr. Loop zockt Pro Cycling Manager 2021 Bis dahin Macht's gut Ciao 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 Ciao